Strahlen der Sonnenschein wieder über dem Salzburger Flachgau bei den Amadeus Junior Specials, dem zweiten Turniertag, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier beim offiziellen CSUO der Nachwuchsreiter in Österreich. Schon um 7.30 Uhr kam die erste Glocke für den ersten Teilnehmer in der Ponyprüfung über 1,20 Meter und das war für das Ponyrock-DJ vom weltberühmten Hengst Arco III. Und er war bis zum Schluss nicht mehr einzuholen, denn im Sattel saß dann seine Siegerin, Sofia Manzetti. Sovia, complimenti, hast du eine gute Gara gemacht. Alle 7.30 Uhr hast du mit dem ersten Teilnehmer in der ersten Teilnehmer in der ersten Teilnehmer. Grazie. Wie ist es, Roktice? Es ist gut, wir uns sehr vorbereiteten für diese Gara hier in Austria mit dem Lehrstuhl, der Gianluca Bormioli hat es sehr glücklich gemacht und ich bin sehr glücklich. Roktice ist ein sehr guter Vater von Arco III, aber er ist gut. Ja, er ist ein sehr guter Vater von Arco III, hat er sehr guter Vater von Arco III, hat er auch geflogen. Und auch mit mir, wir haben vorhin mit der Italiener gewinnen, und vorhin mit anderen Cavalierer. Er ist ein guter Vater von Arco III, hat immer guter Ersatz und guter Ersatz und guter Ersatz. Ja, das ist es so, wie wir. Ok, morgen ist es Abend, die Coppa der Nazionen. Sie sind parte der Italiener? Ja, ich starte mit der Italiener, aber nicht mit dem Pony mit dem ich heute bin. Ich habe in der Prächtung die Gare mit Desgy, das ist der Pony mit dem ich heute bin. Ich habe einen Rieskaldung und vorbereitet für die Gare di morgen. Ok, dann auch ein Lupo für morgen für die Coppa. Grazie. Grazie.